Herzlich willkommen vom Montag. Hier ist ein Päckchen gekommen vom Kunden. Ganz cool Ich wusste, dass er sich ausruft bei den Tankstellen mit Filter drin ist, weil er uns geschickt hat, zwei mal Öl, Hydrauliköl und Getriebeöl ist gekommen, Motoröl ist gekommen. HWR, Baterion mache ich schon länger mit den Geschäften. Öle sind ganz gut, passen soweit. Da haben wir gerade noch ein bisschen Karton aufgerissen. Ich bin gespannt, wie viel da noch rein geht. Es ist ganz geschickt, dass wir da jetzt schon die Karton abholen und mit dem Bagger reindrücken und so weiter uns erspart haben. Echter Wahnsinn. Nein, da lassen wir ein bisschen was zusammenkommen. Und wenn wir mal einen Karton braucht oder sowas dann zum rausholen oder so. Was wir morgen machen, wird hier der TopCut-Bagger sein. Kundendienst und Kette tauschen. Ich war den ganzen Tag im Büro. Der Basti war dann der nächste Rüttgen. Fertiger und Zylinder abdichtet. Und morgen ist er bei Wolf Müller. Von dem her immer was los. Soviel mal zum Montag. So, Servus Hai von der Omen. Von meinem anderen großen Hobby. Dresche. Saarlande mit der Kerste. Stroh gibt es ganz ordentlich, muss ich sagen. Hast soweit. Dresche, doch wir brauchen jetzt mit dem 4,20er Bucano. Klein Bucano. Und ich wollte noch nicht von letztjahr kennen. 6 Meter Schneidwerk. Besser halt, weil ich glaube, 22, 24 Meter glaube ich. Wir sehen das Motor. Fünf Schüttler Maschine. Unsere Feria ausreichend, würde ich sagen. Wir fahren jetzt mit 3,5, 3,8, so. Mit dem Lager fern wir langsam. Weil da auch noch mehr Strom da ist. Fahren wir zu Hause. Häckseln haben wir aus. Und alles, alles. Lang rausgelassen sich nur ums. Also, zum Fallen machen oder einfahren oder wie auch immer. Als einstreuen. Oder Zugabe. Mit welchem Stromweithändisch wird es gut so aussehen. und Geld. Dresche, Dudes. Ja. Ich finde es ganz unirrlich, wie viele schon gesagt hätten, wo es schon oft lange hätten, wo schon früher angefangen hätten. Unschlecht sich so mein Lachs. Wie macht es damit auch schon seit? Dreschen, Blutdreschen. Es war schon dann 28, 14 Jahre quasi. Blutdreschen. Und jetzt ja wohl was da ist. Da wollte ich mal anfangen mit Dreschen. Das war ein... ...Dominator. 68 mit Klappschneidberg. Das ist ja auch hier Fahrgastane. Klappschneidberg. Das war wie ein Jupp. Das Klappschneidberg. Die Idee ist gut. Umsetzung war auch mangelhaft so einmal. Da hatten wir zwei kleine Strukturen hier. Ja. Das passt noch auf der Fülle stehen fast. Oh nein. Das hat es schon nach 10.000 Motor hochkennen. Ich glaube, das wird es nicht nach 10.000 Motor hochkennen. Da war der Motor direkt hinter dem Nacken. Ja. Und dann danach hatten wir ein Medion 3.10. 4,50 Meter. Der hat einen Terminal oder 4,50 Meter gehabt. Da hatte ich keinen Müller Motor drin. Da habe ich keinen Müller gerade erinnern. Am zweiten Tag, wo wir dann ganz schön... Alle Eisspitzleitungen verbogen. Irgendwie einen sauberen Festspack gewesen. Und da über Nacht haben wir noch geschraubt. Ja, war echt interessant. Und wenn ich bis jetzt ein Jahr meistens gefahren bin, mit dem Medion. Den haben wir dann weg. Und jetzt sind wir glatt nicht ins Team. Die fünfte, sechste, vielleicht sogar die siebte Saison schon. Hier mit dem Giocano. Ich muss sagen, läuft wie Rohrwerk. Eine schön rolle Kabine. Mit dem Motor umkreuzen, wenn man sieht, was im Kontakten rauskommt. Er könnte ein bisschen mehr Beugsatz haben für Stroh. Also wenn man es quasi ähnselt und viel Stroh hat. Meint man, dass man an der Schüttler quasi, Schüttler beispielsweise kennt sich. Aber ja, das ist meistens so. Bei der Stroh bei der Hälfte ist es sehr grundfindlich. Und wie ich bin. Und die Brutsch bei der Hälfte kann ja auch im Abend nicht sagen. Der Schaum mit dem APS-System heißt es, glaube ich. Und dieser vorbeschleunigte Doppel. Und die macht nochmal ganz schön was aus. Wenn ich ehrlich bin, das hat ein Medion nicht gehabt. Und der war viel rumpischer und ein Spiel. Hat man oft gemerkt, dass der Doppel mal leer hat. Weil halt das Getreide relativ langsam kommt. Und so wird die vorbeschleuniger Doppel. Ich weiß gar nicht, wie viel die vorbeschleunigen. Aber man merkt es auf jeden Fall. Extrem. Man sieht das schon leichter in diese Richtung. Und wir haben ja noch die Bio-Landwirtisch. Und Land, sagen wir. Kein Einsatz für die Klimawitteln. Und Prefizil für die Gehtechnik. Wir haben ja Rallye-Proft-Distel. Und halt auch Pilon-Cup mit dabei. Jetzt bekommen wir ab und zu auch einen Löffelhacker. Und Schriegel. Genau. Und dadurch. Hatten wir auch schon. Ein oder andere ist auch nur wirklich eine Karte in den Medien. Aber ich muss sagen. An dem. An dem Zucano hier habe ich jetzt auch die Probe Zugfahrt. Man fährt ein bisschen anders mit der Maschine hier. Man fährt viel, viel langsamer. In der Medien. In der Sportshow. Man muss in der Landfahrt. Aber schon 6, 7, 8 km haben. Von der Unkampel. Das ist nicht gestanden ist. Dann hatten wir den meisten. Der Faktor war das Schneidwerk. Im Endeffekt. Weil das einfach die Messerübe. Die. Die mich noch gemacht hat. Und nebenher fährt man jetzt viel, viel entspannter. Ich bin da eher Fan davon. Mit großer Arbeitsbreite. Und. Große Arbeitsbreite. Und nebenher ein bisschen lang zu fahren. An jeder seiner eigenen Füße. Genau. Soviel mal hierzu. Ich habe vielleicht ein bisschen Zeitraum im Moment wieder ans Dress. Aber ich habe nichts. Hochspannendes. Genau. daily. bis mitt. bis hinten nach vorne. bis hin bis hin Das 100 showers Im. Bis zu�� recurs todas. Bei dassperren wir beim Ideen. ferren abdominal und Bis zum nächsten Mal. So. Herzlich Willkommen vom Mittwoch ist heute, gell Basti? Wir haben heute den Zettelmaier-Radlader reinbekommen. Gestern haben wir ihn abgeschleppt. Macht keinen Muckser mehr, also fährt nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts. Da ist den Berg runtergefahren und dann ging es auf einmal nicht mehr. Jetzt haben wir es gefunden, dazu haben sie die Pumpe weggerissen. Also ich denke mal, dass der Überdrehtzahl gekommen ist und dann hat sie es quasi verborgen. Basti macht ein paar Bilder. Und ich versuche auch mal von oben reinzufilmen. Hast du ein paar Bilder gemacht, Basti? Ja, also. Ich weiß nicht, ob wir da was sehen können. Die Leuchten machen gleich mal runter, wenn wir Licht wieder haben. Schauen wir mal. Du hast gedacht, dass die Torsionskumpelung abgerissen ist. Aber ich glaube, ein bisschen größeres Problem, was wir hier haben. Ja, der Rolf tut gerade draußen das Turm bauen, aber fängt an das Turm zu bauen, dass wir das elektrisch auf und zum machen können. Ja, so sieht es aus. Und David hat wie gesagt noch Urlaub und wir gucken mal nach dem Schadensbild. Ist schon das Licht, genau. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können von hier aus, aber ich glaube schon, ja, doch, das sieht man. Krass. Suche ich mal hierzu. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Ich weiß nicht. Jetzt sind wir heute alle alle dabei, den Waldraten mit auseinanderzumachen. Heute ist Mittwoch. Uiuiui und ganz schön zugenält Am Wochenende ist jetzt wieder kein Video gekommen Nachgefest dazwischen gestern und vorgestern war es auch nicht so wirklich gut noch was zu filmen oder sowas bin ich fit gewesen Genau, der Rolf hinten baut so Rolltische ja und wir machen es halt heute auch den Wald rauseinander gucken woher diese Geräusche kommen Dabei läuft ja noch ein Zeitraffer Ja so sieht es aus das 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 ist ein bisschen komische konstruktion weil das hier halbiert ist obenträgenteil und unterträgenteil habe ich so auch noch nicht gesehen immer wieder was neues wirst du nicht auch noch eine kleine Maus fallen das wir quasi noch nicht wieder benutzen können jetzt ist aber so da machen wir den Gang raus David wieder also zum einen mal wie man hier sieht das ist denke ich mal Fritte Hört ihr das? Also da drinnen raspelt irgendwas schon scheiß Getriebeäpfel das heißt Hütte runter Getriebe voll raus machen ja alles andere musst du das erstmal dem Kunden abklären ähm ja den wird auf jeden Fall noch 2-3 Tage stehen ähm was wir jetzt mal noch machen könnten David wäre seitlich da wo die Schaltkabel rein gehen äh Ding das mal runter machen aber wir müssen schon mal gucken wie das aufbaut ist und alles und ja wir halten euch mal auf dem Laufenden so ist Dankeschön bis hier nochmal Herzlich Willkommen vom ähh 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 David macht seine nächste Ritterplatte da Rolf dahinten ist kann er nicht weissen ähh ähh er baut so Anfahrschutz ähh Basti ist heute auch da der ähh muss dann einen Fehler suchen nach diesem ähh ähh an dem Fenster haben macht Klimakräden macht er Probleme oder Klimaanlage ähm wir haben unten am Kompressor haben wir zwölf von Anliegen aber kein Strom also keine ähh keine Spannung ähh ähh haben wir jetzt da hoch gemessen und oben an dem Steckkontakt haben wir auch gemessen da kommt auch Spannung an aber nicht genug Strom wir vermuten dass oben im Dach warte ich Messspitze noch wir vermuten dass oben im Dach ähm ähm der Probleme macht ähh das ähh 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 die Klimabox dazu hä? Haube runter Haube runter Kannst ja so rausgucken ähh wir vermuten dass da quasi oben das steigende Problem hat Haube runter das steigende Problem ist gerade Strom ist zacken runterkutscht ähm er hat sich ja wieder ja nochmal her alles und ähh schraut es nicht schmeiß das alles da rein ja und wir vermuten dass oben die Box ein Batscher hat aber das das schauen wir dann wenn es so weit ist ähm dann ist heute der Kabelbaum gekommen für den Naguchi endlich schau mal wo wir das nochmal kommen auch wie es normal weil es schon geht und dass wir die Kabine runter montieren müssen und so und wir anfangen damit diese Woche ich dachte dass das was wird ja so siehts aus nehmlich so hier haben wir oben einen Mardern Dach ähm hier oben wo habt ihr das Basti hast du gerade einen Händ oder da das das Steuergerät für die Klimaanlage wir haben jetzt hier an dem Ausgang Bind 4 hier sollen wir eigentlich 12 Volt haben die haben wir auch das ist das Problem nicht aber uns fällt die Leistung und uns fällt quasi die Ampere äh dazu äh jetzt vermuten wir entweder das ein Kabel einen Spatz hat oder das ähm hier der Herr nicht nur ausgeben kann das probieren wir es mal mit einer Luftleitung legen wir von hier oben eine runter an der Klimakompressor und gucken mal ob es dann anzieht mit dem Steuergerät wenn nicht brauchen wir ein neues Steuergerät genau weil der Rest haben wir schon alles geprüft und auch den kriegen wir noch voll hin jetzt haben wir die Luftleitung gelegt von oben vom Steuergerät runter wasch die Lüftung an aus an an nochmal an aus an an ah geht einfach frei jetzt haben wir hier eine kurze Luftleitung aufgelegt jetzt werden wir die sauber verlegen oben runter genau und gucken dass die gut ist weil wenn wir da jetzt einen Kabelbruch suchen ihr seht selber da ist schon viel dran gemacht worden an dem Karren ähm wir gucken dann auch ich kann nein ich denke schon ich tue ich das jetzt gerade schon aufnehmen wie kann man es so hinzuhen ich nehme mal hinläufen haha wie cool Abend da und wie stoppt man das jetzt wieder so herzlichen Dank an Nina unser Kamerakind vom Freitag Düdel ähm Anfahrschutz ist jetzt fertig 60er Rohr. Scheint massiv zu sein. Ne, scheint so ist massiv. Werden wir Montag lackieren und mit Warn Elemente noch verzieren. Danke an der Ruf, das hat echt super geklappt, hat er gut gemacht. Freut mich, gefällt mir. Hier geht es auch weiter. Wir haben ein Kabin runter gemacht, diverse Blecher weg gemacht. Hier ist der Kabelbaum. Ich hoffe, wir bekommen das hin, aber das sind echt Kabel verschmort bis zurück an der Stecker. Wo war man die? Jetzt man das hier sieht. Echt scheiße gelaufen, aber sowas passiert. Darf eigentlich nicht passieren, passiert trotzdem. Mache jemandem einen Vorwurf, kann vorkommen. Ja, den 2.16 haben wir auch fertig gemacht. Da war, wie gesagt, nicht der Steuergeräteffekt, wie zu 90 Prozent nicht der Steuergeräteffekt ist, sondern Kabelleitung. Ja, und sonst ist jetzt Wochenende. Morgen werde ich mit dem THW unterwegs sein, vormittags. Nachmittags mal gucken, bis es da weiter geht. Ja, hier die Rittelplatte haben wir zum Beispiel auch noch gemacht. Vielleicht ist es auch, die wir zwischen hinein machen. Da war die Motorhalterung abgerissen. Wie auch mal zwei, drei Reifen zwischen hinein, wie auch immer. Kommt immer sowas mal vor. Diese Woche war jetzt ruhig mit ausgelistet. Basti war einmal unterwegs. Ja, ich habe draußen in der Hoffnung, wenn ich ein gleiches Schiff gemacht habe. Und übrigens, wenn jemand einen Tieflader sucht, ich werde meinen verkaufen. Genauso wie hier draußen die kleine Walze, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Ja, einmal den Tieflader hier. Zustandmäßig geht so, ist schlecht und die kleine Walze dahinter. Ich werde hier auch noch Ebay-Anzeige reinmachen, in Instagram über der Zähne. So wie mal zum Freitag. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, bis die Tage. So, herzlich willkommen vom Sonntag. Der Guni und ich machen dem Feuerwehrauto heute Grunde wünscht. Für neue Glückherzenei. Deswegen wird wahrscheinlich ein wenig später kommen, aber ist egal. Das müssen wir natürlich nicht machen, weil es schon eine Weile überzogen ist. Da kommen wir alles hin, ohne Probleme. Ich möchte aber noch ein bisschen mit zu euch als aller Profi-Kfzler. Schauen wir mal. So, geht schon über die Abdeckung, geht schon gut los. Also, wie ihr seht, sieht ihr nichts. So, erste Zündkerze, Zündkerze, Zündspule, Zündspule. Glückherzenei. Hier ist die eine, die quasi oben in der Reihe rausgebrochen ist. Ja, so als Nicht-Kfzler frage ich mich immer, wie man sowas machen kann. Kfz-Zerschrauben ist echt immer eng. Ein bisschen alles so witzelig, aber an dem Bus geht es noch. Jetzt machen wir nicht weiter. Die Restliche Glückherzenei. Nein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020